Oh, Internet. Internet. Was ist Internet? Hm, Internet hab ich jetzt grad schon, ja. Jo, Leute, willkommen zu Minecraft Pocket Edition. Ähm, wir spielen auf der Version 13.0. Ich hab mir grad eben ein Feuerzeug gekauftet und ich glaub, das ist ein weiterer Schritt zum Nether. Weil wir haben jetzt schon Feuerzeug und... Ja, der E-Rai, der ist auch ein richtig guter Minecraft-Spieler. Wow, du bist einfach da runtergefallen. Das ist der E-Rai, der hat auch einen eigenen Skin, da steht eh drauf hinten. Der E-Rai erkundigt sich gerade auch hier, weil, die Leute, wie ihr wisst, hab ich mich ja hier hochgebaut. Da oben ist ein Haus. Der E-Rai geht schon hoch, gell? Ja. Weil ich wissen, was das hier ist. Ja, das hab ich geb... Ich hab das hier gebaut, einfach. Nütze Spaß zu haben, oder? Ja, das ist hier jetzt so ein kleines Haushalt. Und was jetzt Bock habe... Guck mal, ob ich schon ein Wasser in einem ist. Ein Eimer habe ich gerade, zufällig. Was weiß ich, die Wasser, wo man hier unterscheiden kann? Schimmt, ja. Kann ich mal machen. Ich hab vorne auch ein Wasserbad gefunden. Ein Wasserbad? Und wenn du, wenn du dein Freund, die am Anfang hat, soll die es immer nehmen. Mhm, weil... Nicht, dass jemand die Dias-Cloud so... Bedien dich ruhig an. Kannst du die Steinausrüstung nehmen? Lederboots? Bedien dich, Junge. Und komm mal hier runter. Ich glaub, das ist gerade eine Roomtour für E-Rai 4-Y. Loll, der hat aber hier sein Skin an den Seiten, die ich gemacht. Also, es ist jetzt Neymar. Nee, Spaß. Aber Leute, schreibt in die Kommentare, ob ihr E-Rai sein Skin gut findet. Türo, was ist das denn? Alter, der ist einfach geläfft. Ja, Michael, einfach ist traurig, hat geflammt, ist abgestürzt. Okay, hier haben wir einmal die große Halle. Die will ich E-Rai auch noch zeigen, weil hier kann sich E-Rai auch heute bedienen. Hab ich Knochenmehl? Nö. Alter, ich kann mir noch ein... Alter, was ist das denn? Hab ich? Ich kann mir noch ein Bett machen. Noch ein Bett. Magst du nicht dein Skin? Ja, nee, guck mal, der ist verbatgt. Meiner? Meiner. Loll. Das war bei Bränden auch am Anfang. Okay, ich sammle's ab. Warum brauchst du so viele Betten? Ich brauch die Betten, falls ich Gäste hab. Weil wenn wir am Freitag zum Mr. Indy gehen, dann nehmen wir auch auf. Hä? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Es reicht. Es reicht für Nino. Es reicht ein vier. Ja, wenn das ist, dann können wir ja noch tun. Okay, ich bin hier. Dann wär's. Dann wär Full Party, aber ich weiß halt nicht so viel, wie viele Spieler auf einer Welt spielen können. Auf jeden Fall spielen wir nicht Ninos Welt. Darauf hab ich keinen Bock. Wir spielen am Anfang offline, also privat auf unserer Welt. Und wenn ihr wollt, dass wir in dieser Welt, da wo wir privat immer spielen, aufnehmen, als kleines Video, dann gebt mir fünf Likes. Wenn's fünf Likes hat, dann werd ich das auch machen. Junge, was machst du hier? Joach, Alter! Junge, nicht das Haus kaputt machen! Ach nee, ich hab jetzt Angst, dass er überall sowas macht. Leute, bei fünf Likes werde ich das alles machen. Komm jetzt! Komm runter! Leute, du bist einfach so schnell gelerbt. Hier gibt's noch nix in der Truhe. Komm mal hier rein. Hier ist der Weizen. Holz, Holz, Holz. Jetzt dabei, Sir. Holz! Brauchst du Holz? Nee, du musst mir die Sachen geben, weil ich drauf reingehe, dann schützt's bei mir mal ab. Hier, Holz. Ja, ich bin geliftet, weil es abgeschüttet ist. Oh! Und noch eine Frage, Leute. Ihr könnt auch bei meinem Kanal abonnieren, wenn ihr wollt, ja. Ja, schaut mal bei E-Rei vorbei. Er macht gerade vielleicht noch nicht so viel Videos, weil er findet sich gerade nicht die richtige Auflage. Und Junge, brauchst du Holz? Hier, komm, wir gehen das Haus schon mal bauen, weil ich hatte vor, ein paar Folgen ein Haus zu bauen. Alter, wie dein Skin-Haus sieht. Alter, wie sieht dein Skin aus? Grüße, meinst du? Junge, bitte mich schlagen. Ich sag auch gar nicht. Das ist hier... Leute, wir haben hier überall. LOL, da ist ein Bug. Wenn du mich schlägst, dann schlägst du mich, obwohl du nicht mal neben mir bist. Ey, wir haben hier einen Hero-Buy. Das war dieser Bug, Alter. Ich glaube, ich hab hier einen Hero-Buy. Also, pass ruhig auf. Doch, ich spiel soll dir nie so spielen. Das kann man schon mal einen Hero-Buy. Und, ja. Ist dir schon mal einen Hero-Buy in die Welt reingekommen, E-Rei? Vielleicht, man muss mal gucken. Leute, wenn dir immer eine Wettbewerke platziert, dann wird das Hero-Buy vielleicht. Oder? Was? Auf jeden Fall. Wie kann man Hero-Buy in spawnen? Sag's uns mal. Oh, ich weiß nicht. Das fällt mir ein Ende, die Geschichte, aber... So, ich glaube, hier werden wir unser Haus bauen. Notch und Hero-Buy waren früher. Wer ist Hero-Buy? Hero-Buy und Notch waren... Wer ist Notch? Der Magaberschaffner hat. Achso, ja. Der eine, ja. Achso, ist die, wo, wenn dann... Da, die sind die beiden, die sind Brüder. Achso, und die haben einen Kauf erfunden, oder wie? Ja, ne, die haben gekämpft die ganze Zeit um die Legende und blablabla. So wie mein Kauf sein soll? Ja. Und der, ähm, der Bruder hat sich jetzt immer in meinen Kauf reingeheckt, oder wie? Der wollte Krautkro... 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 ...zufall machen, meine Liebe. Boah, ich brauch Holz, damit es Haus schön wird. Ja, ich brauch Holz. Ich bin... Äh, es ist ab, wenn du in die Truhe gehst, dann stürzt es ab. Ach, stürzt auf die Truhe ab. Fah, ich hab die Truhe abgeöffnet. Hast du auch diesen Truhen, Bug? Auf jeden Fall, oh, ja. Alter. Oh, mei, ja. Ey, ich hab noch zwei Eisenhatz, ich verbrenne die mal. Da, Lars, wo bist du? Alter, willst du 34 Holz? Komm her. Nicht schlagen. Ey, 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 ey. Alter, warum lärfst du immer? Alter. Guck mal, da vorne. Da, wo Licht ist, eh rein. Die, die sieht so komisch aus, ey. Wenn du, wenn du irgendwo hin gehst, dann stehst du da auch immer. Du hast die Eisenboots genommen. Live bei dir. Ich hab fast die ganze Eisenrüstung, Junge. Leute, ich schreib mir die Kontakt, wie ihr den Stall findet. Ich finde da schön geworden. Das war mir unsichtbar, To. Ey, wir müssen schlafen gehen. Wir müssen schlafen gehen, komm. Geh schlafen. Komm, wir gehen schlafen. Uuuh, geh schlafen, Junge, geh schlafen. Ich will sehen, wie das aussieht, denn du schläfst. Junge, jetzt schlaf mal. Geh mal schlafen. Geh mal schlafen. Jo, genau. Hör auf. Boah, Leute, Alter, was da Ehre viel zu machen hier gemacht. Junge, hör auf. Es muss Party kommen. Ernsthaft, ich hab gleich keinen Bock mehr. Jetzt wirklich, Leute, ich hab gleich keinen Bock mehr. Also, Leute. Da regt mich grad richtig auf. Leute, sowas musst du dir immer bei dir machen, okay, Leute? Weil so macht es mehr Spaß. Nein, so macht es gar keinen Spaß. So tust du den anderen nur ärgern und dann rastet er am Ende aus. Ja, eben, das macht Spaß. Macht es dir Spaß, andere Leute leiden zu sehen? Ein bisschen, aber nicht so arg. Jetzt geh schlafen. Geh schlafen, Steven. Auf jeden Fall. Geh schlafen. Ich hör jetzt ab. Geh schlafen. Junge, Junge, geschlafen. Junge, wir müssen schlafen. Willst du, dass Zombies auftauchen? Nein, das gibt keinen Monster aus, man ist ausgemacht. Hä, wie kann man Monster ausmachen? Wo kann man das machen? Durchschnitt ausgemacht. Muss man bei Options gehen? Ja. Und dann spiel ich gerade hochmachen. Ja, das heißt, es ist Monster angemacht. Okay. Aber das ist nicht trotzdem. Jetzt ist der Monster an, Leute. Ich hab ganze Zeit Monster ausgehabt. Sorry, wenn der Noob wieder hier am Schocken war. Ja, der einzige Noob wieder ist Nino. Ich kann nicht schlafen. Alter, was ist das für ein Watt gerade gewesen? Was war es an der Wand? Du warst so an der Wand. Also, das hast du nicht sehen. Du hast das wieder gemacht. Das kannst du ja am Video dann sehen von mir. Alter. Guck mal, du warst gerade so. Du warst so, guck, so in der Luft an der Wand so dran. Ernsthaft, jetzt geh schlafen. Junge, geh schlafen. Alter, halt, hör auf. Hör auf, hör auf. Tschüss. Ich hab dich gerade erschlagen. Deine Sachen lass ich extra da, da ich so lieb bin. LOL. Bitte. Please, Alter, nimm meine Sachen nicht. Danke. Ey, du bist jetzt so wie Nino. Du nimmst auch einfach meine Sachen. Jesus, Alter, mir. Boah, das hasse ich immer. Alter. Ich hasse das immer, wenn ihr das macht. Ihr klaut mir immer alle Sachen. Hier. Ich gebe dir alles. Boah. Was sollst du Holz geben? Ja, guck in den Ofen rein, was da ist auf dich. Wo? Guck da in den Ofen rein, da. Ich guck, ja. Du kannst da echt nicht reingucken. Ja, endlich. Lass mal, lass mal, lass mal. Ich hol's für dich raus und gib's dir dann. Na, ich hab schon. Ja, nimm jetzt das Holz. Guck mal, wie viel Holz du jetzt hast. Crafte dir jetzt mal Sachen. Oh, yeah. Ich crafte dir jetzt mal ein paar Sachen. Gib mir mal ein bisschen Holz. Gib mir ein bisschen. Ich hab schon sehr, ich hab nicht sehr craften. Habe ich schon Feuerzeug? Noch nicht. Aufgeschlossen. Bäh. Bäh. Äh, du hast noch ein Feuerzeug von mir, kann das sein? Ist mir, ist doch egal. Zeig. Auf jeden Fall, ich hab gestürzt. Boah, dann crafte ich mir noch ein Feuerzeug. Leute, auf jeden Fall sollt ihr immer trollen. Immer, wenn der Freund erschöpft ist oder irgendwas macht. Sollt ihr immer mit Eisendem oder Stauschwert versuchen, ihn zu töten. Also, das hast du alles. Dann kannst du, ja. Leute macht es nicht. Leute, nein. Wenn der, wenn der andere ausrastet, und ihr wisst ja nicht, jeder hat seine, jeder rastet anders aus. Ich hab ein Eisenhelm für dich gemacht. Junge, warte mal kurz. Ich kann nicht. Willst du einen Eisenhelm? Ja, gerne. Spaghetti. Hier, Eisenhelm. Warte mal. Ja. Wo ist der Eisenhelm? Ich hatte nur einen Eisenhelm, lol. Läuft bei mir auf jeden Fall. Kommst du mit in die Crazy Höhle? Hier ist das die Crazy Höhle, oder? Äh, du... Du, du hast meine Eisensachen. Nein. Doch, du hast meine Eisenswitzhacke. Die krieg ich doch. Nein, das war meine, Junge. Nein. Gib die mir zurück. Ich hab mich. Junge. Okay, nimm du mal für heute meinen Schwitzhacke. Komm mit. Komm mit in die Crazy Höhle. Oh, nein, nein. Ich kann nicht. Boah, bist du gelerbt. Du bist gelerbt. Du hast Spielverlust, ne? Ja, Mann. Boah, Leute, das lag voll hart, da merke ich grad. Ich glaub, der beste Internetseite schaut wieder zurück, Leute. Auf jeden Fall, ihr seid auch noch Kosti 4 in Ferse und Arto auch abonnieren. Das ist richtig witzig. Witzige Boys. Ja, hier, Leute, hier wird grad das Haus gebaut. Ich weiß auch nicht, was aus dem Haus wird. Wenn Ehre heiraten und ich was hat's. Der MikeTV, also, ja, der zu der BNH, der MikeTV, der, äh, mit dem werden wir auch mal spielen, wenn ich wieder zum MikeTV gehe. Ähm, ja, wenn, wenn ihr wollt, wenn ihr wollt, dass wir, ähm, dass ich mal Comedy-Videos mache, ja, das kann ich mal ruhig machen. Und, ähm, ja, der hat es auch bald zu Ende. Ich könnte ihn eigentlich jetzt noch, hä? Ich könnte ihn eigentlich jetzt noch, ähm, länger machen. Aber, ja, und Leute, wir haben auch einen 9 in unserer Klasse, weil da sind, ja, nein, erzähl ich jetzt nicht. Soll ich dir Fackeln geben? Wie viel Fackeln hast du? Ich hab keine, ich hab keine Kohle. Ich hab selber keine Fackeln. Warte, in der... Hallo, ich hab Fackeln. In der Kur? Hab, 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 hab. Wie viel? Ich hab schon Schätze, das reicht. Aber komm nicht rein, sonst muss ich dich töten. Wieso? Hallo, es ist nur ein Loch. Sag ich schon mal jetzt. Was ist da? Junge, nicht weh, das ist in meinem Haus, Junge. Dann raste ich aus. Das ist in der Nase, das ist in der Höhle. Weh, jeh. Du bist runtergefallen. Du bist runtergefallen. Hast du da? Ich bin da. Okay. Mach einfach aufschaffen. Leute, wenn euch der Park gefallen hat, dann gibt ein Da... Du bist runtergefallen. Whoo Vielen Dank.